Socken. Socken habe ich mich dazu entschlossen. Ich möchte wirklich alles einhalten haben. Ich schenke uns die Mädchen vielleicht noch ein paar Socken dazu. Das ist in die Hose. Sie bleiben komplett im Weiß. Blau hat hier ein großes Körper-Tipo. Das hat sie auch schon gesehen. Und dann haben wir dann auch, wenn wir den Aussage hier erfahren, eine einheitliche Kleidung, klein mit als nur versehen. Dann treten wir doch schon recht professionell auf, wenn wir wirklich alles einheitlich haben. Ja, wir bekommen vom Verein, wir werden einen besonderen, aber das ist ein Ausrüstvertrag, wo wir Sport Otter haben. Die Triebe sind auch schon von Sport Otter gekommen. Und Sport Otter stellt uns dann auch nochmal auf dem Tusch als Kreuz zur Verfügung. So dass wir wirklich alles einheitlich haben. Das einzige, was fehlt, ist ein bisschen noch Galerosen. Mal gucken, wenn irgendwann mal ein Fonster sagt, die machen wir auch noch. Dann haben wir aber auch alle. Gut, das war es an einer Seite auch. Ich denke, wir ziehen uns mal um, wir machen Sport frei und dann lassen die Mädels in Sachen Hand verdanken. Wir machen das noch einmal! Wir machen das, wo wir noch mal. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Wir machen das hier. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.